Die Sendung wurde live untertitelt. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollt es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, um uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden... Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Oh Gott! Bringen Sie ihn zu dem Tisch! Halten Sie ihn fest! Schöpfer! Drücken Sie ihn nach unten! Himmel! Die Ende der Aufzeichnung! Was zum Hacker ist hier passiert? Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Soll mich das freuen denn nicht? Was sind Teufels für'n Tunnel? Okay. Da wollen wir rein! Wollen wir reinlassen! Bitte sprechen Sie mit einem Kliniktechniker, bevor Sie sich setzen. Ah! Die sieht nicht sehr gesund aus. Wie immer! Plasma-Energie! Plasma-Energie! Habe ich gerne mit! Über Geräusche, natürlich... Irgendwo sind diese Viecher, ist klar! Da rein! Hm... So Schränke! Das ist schon wieder voll! Hm... Das sind eindeutig welche! Mach mal drücken Sie mit der Leichtsäcke! Rein mit uns! Wir werden das Spiegel nicht durchspielen, wenn wir hier nicht rumsitzen, ne? Was zum Hacker? Ach, wieder so ne Tür! Ach du dicke Kacke! Was ist hier passiert? Was? Wo? Wo? Ach, da! Ich bin doch so ein Vieh! Wo bist du? Da! Nachladen! Ich bin doch so ein Vieh! Ich höre im Moment jedenfalls nichts! Okay! Schauen wir ein bisschen weiter um! Armer Junge! Ah, Stahl-Munition! Sicher ist sicher! Noch mehr Stahl-Munition! Das kann nicht schaden! Okay, die Tür hat scheinbar... ...verschlossen! Das ist scheinbar ein Aufzug! Mal weiter umgucken! Da drüben ist scheinbar ein Frumteil! Er sieht ziemlich tot aus! Hm! E! Auf! Wir brauchen was anderes! Stahl-Munition! Stahl-Munition! Ist alles Munition für diese große, nicht? Ich meine hier, ja! Nachladen! Fünf hatte ich! Okay! Aber erstmal wieder zum Kleinen wechseln! Was ist das denn? Was ist das denn? Sauerstoff-Station! Okay, hier ist eine Sauerstoff-Station! Soll mir das ein Denken geben? Verliere ich hier wohl bald Sauerstoff hier! Okay, da fehlt Strom! Ah, hier ist der Zwischenraum! Da sind die beiden Spinnen! Dann kommen wir nochmal rein! Das ist nochmal Strah-Munition! Klare Strah-Munition! Plasma-Energie, danke! Hm, 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 hm! Ich gucke nämlich, ob ich die streiten kann, ohne wenn ich schon mal die Sonderfände! Lalalala! Beschluss hab ich da von ihm gerade! Ich kann einfach mal im Inventar sehen! Oh ja, jetzt ist ziemlich viel! Schieß ich mal ein paar Schuss damit! Verschlossen, okay! Da muss der Stromteil rein! Das Bild sagt mir gar nichts! Bist du schaurig, ne? Gut, dann machen wir mal weiter! Also geht das ja nicht hier weiter! Das reimt sich sogar! Und, wir sehen alle sehr gesund aus! Sehr lebendig! Vital! Für Urlauts machen muss auch Spaß machen! Man lernt gerade hier sehr viele lustige Leute kennen! Ohne ist man wieder falsch rum! Komm raus! Manchmal nervt das, ey! Andersrum! Ne, gib mir immer so! Was zum Teufel! Ja, gib mir automatisch das Ende! Muss woanders rein! Boah, muss doch hier rein! So! Ah, jetzt will er! Hä? Oh, einmal aussehbar, er liegt hier! Na gut! Öffne ich die Tür! Öffne ich die Tür! Oh mein Gott! Du mich erschreckst! Du Mistvieh! Hey! Ohöö! Wollen wir das denn was? Nö! Gut! Ich war nur der eine, der lang gekrabbelt und mich erschreckt! Den mit den Ersten wieder, weil der ist schneller. Oh, erschreckt mich nicht so. Boah, ey. Aber das Siebler-Spiel, ne? Mich erschrecken. Bis viel. Die ist verschlossen. Überbrücken. Mit Energieknochen, ja. Ja, mach's. Ja, jede Menge Pflegung drin, ne? Munition. Und, hm. Schema-Strahl-Munition, okay. Und, Streit-Munition an sich. Gut. Sehr wichtig. Okay, um Munition wahrscheinlich von Streit-Munition kaufen. Laden. Munition hab ich jetzt. Okay. Ich hab nicht mehr so sehr viel Platz. Aber ich kann mit der, mit der Hand-Ding schon schießen. Ich hab hier nur eine Munition gekriegt. Also, ich dachte eigentlich... Hinter mir ist auch einer. Wo ist es doch? Hätte es noch einer. Der neben mir ist auch noch aktiv. Verdammt, ich will nicht zum Druck treten. So. So. Jetzt mich ja eh. Lagred jetzt. Genau. Danke. Dir trau ich nicht so ganz. Okay, jetzt trau ich dir. Mal gucken. Das lädt doch gerade zu einem. Na, wo kommen sie? Hallo, kann mich jemand hören? Ja. Die anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Fassen im Inneren der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Na, toll. Meine... tote Krankenschwester. Ähm, naja. Medi-Kit klein habe ich noch eins. Ein Star-Zip-Pack, Plasma-Energie habe ich in der Menge und großes Medi-Pack mit zwei Stück. Okay, das sollte ich ja, glaube ich, wohl. Und ein Schema da habe ich. Die Tür ist jetzt nur offen. Ich weiß nicht, ob ich mich weiterholt.